Hallo und herzliche Willkommen zu dieser neuen Folge von Subnautica. Was ist denn das hier? Inventor voll. Was ist denn das bitte? Inventor voll. Was? Kaffeeautomat. Ernstlich jetzt? Ein Kaffeeautomat? Okay, ist cool, ist cool, ist cool, ist cool. Wir gucken mal, ob wir scannen können. So ein Schrank hier vielleicht? Nö. Metall brauchen wir nicht scannen. Da ist noch eine Tasche. Inventor ist aber voll. Oh, jetzt zieh ich von den Taschen. Das brauchen wir jetzt auch nie. Ja, ja. Ja, ja, ich geh schon hoch. Das Quarz holen wir uns noch. Und dann gehen wir mal zurück. Die Kicker schlafen. Ich finde das cool, wenn die Kicker ihre Augen so zu machen. Das sieht doch schön aus. Mist. Da unten ist überall Quarz. Wie Platz haben wir noch? Auf einen Quarz, da können wir zurück schwimmen. Wo ist es denn da hinten? Da können wir langsam zurück machen. Da finden wir unterwegs bestimmt noch Quarz. Und so. Wir gehen noch kurz hoch und dann schwimmen wir jetzt ein bisschen hier runter. Ich will mal gucken, ob wir unten irgendwas finden. Was uns eventuell von Nützen sein könnte. Wir müssen das brauchen, ne? Da war ja was. Was? 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 Da kommt, Mist, Mist, Mist. Ne. Da lacht nicht so. Der lacht? Der lacht? Oh Gott. Ich bin Katzen aus mit ihm. Ist er noch da. Ist er noch da. Ich weiß es nicht. stücklich strengen so wird nämlich jetzt mit da guck guckte sein zu mal diesen teilen mal kurz luft holen mal gucken wir wissen mal ist hier unten irgendwas weil es hier umliegt die und ist nicht mal irgendwas und sagt okay das packt gerade da hoch na gut wir haben einen kaffeeautomaten freunde jetzt gibt es frischen kaffee irgendwie finde ich das echt cool frischer kaffee ist was feines okay erst mal was denn wollen wir körper kiko ok also kommen jetzt nicht noch irgendwas hier oben ja klar genau und da ist zu glas zwei kurz brauchen die kraft haben wir noch da kann man was machen ich wollte nämlich noch also eine also eine etage wollte ich nämlich noch draufsetzen äh ne quatsch die tage finde ich vollkommen durcheinander ähm solarzelle wollte ich noch eine draufsetzen so rum war es ok das passt genau die fische bummerang fische die kann man essen das können wir trinken das können wir reintun jetzt können wir mitnehmen kaffeeautomat echt jetzt wie geil nehmen wir unten den verschneiden zum griff ok da kann man wieder mit dem glas können wir mit dem fenster machen aber das dürfen wir noch nicht denn wir brauchen als allererste wir bauen die solarzelle das können wir die können wir hier reinlegen die ist ja auch leer wo sind unsere lärmbatterien eigentlich die haben wir drinnen packen wir drei ok ok wir gehen zur base zu unserer base ah mir fehlen zwei titanen verdammt gibt es hier manchmal irgendwie zwei titanen aber müssen wir reingehen erst na gut geh mal erst mal rein sonst gibt es noch einen kaffeeautomaten hier vom vorraum ach sehr schön ne warte mal kann ich nicht geil ein kaffeeautomat hier eigentlich so oben drüber ein bisschen ja ne wieder rein kommst du einfach einen frischen kaffee das ist schwierig wo kann man da hin machen das finde ich irgendwie geil hier so neben dem kommen weißt du da gibt es aufnehmen kaffeeautomat ich hätte jetzt gerne einen frischen kaffee freunde ich hätte jetzt gerne einen frischen kaffee kann man leider nicht schade auch schade finde ich geil gefällt mir grau machen ich will jetzt noch ähm die Büschel holen für zack zack das wir genau sagt schon boah ich bin gerade auf der Leit ich brauche eine Pause jetzt mit der Aufnahme ich merke es ich kriege die Sätze nicht mehr richtig zusammen ok ok ein kleines buntes Aquarium schön so wir setzen erstmal das Teil oben drauf da muss man die Schleusen bauen ne die Schrotz bauen können genau hier auf das Kreuz ach ne da können wir dann nicht mehr hoch bauen hier will ich auch nicht hoch bauen beim Lager denke ich wo ist gerade Tag sehr gut passt ja wurde gerade Tag oder ja ist gerade Tag geworden es ist schon Tag der Planet ist bloß davor alles klar so tun wir mal noch mehr Energie was auch nicht zu verachten ist wir werden jetzt für Fische immer dabei mit dem Aquarium reinsetzen wir können die uns dann rausholen so zu essen brauchen wir jetzt erstmal nicht setzen wir die zwei doch glatt mit hier rein und dann können wir mal dann hören wir noch ein paar von den gerankenbüscheln so schnell hin wir haben zurückgebrochen zwei vier Stück und dann können wir noch ein paar zwei vier 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 ja wohl so wird erreichen so kurz mal da oben wir gehen kurz mal da oben ich will ganz kurz mal da unten gucken wir warten wir warten die Schlucht wo wir das die Batterien zum aufladen haben das wäre echt gut wenn wir das hätten das ohne ist wo sie stehen wir brauchen unbedingt was zum Batterie aufladen dringend das ist wirklich wichtig aber ich sehe auch nirgendwo was zum scannen also es ist seltener gesehen und man findet Zeitschwerung kann auch sein man findet Zeitschwerung ist auch möglich 30 Sekunden ein Oxygen bleibt Intro es bewegt wir kommen wir schauen wir sind das da wird das Rad ist mit diesen roten Büscheln auf dem boot auf mehr als Brotner vor uns an den abhangen bauen könnte man versuchen nur zu darum wir versuchen so waren das ist hier noch irgendwas ich bin hier aussehen zum scannen nene ist nix ja 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 sollte man in der Richtung wo das dann rot war was haben wir jetzt die an die Bücher das ist sie könnten zwei Türen noch bauen das könnte ich meinen okay die mobile wie die Buchbrauchleiter der Handwerker noch nicht das bringt ja nix mehr die Kugel mit Arne aber haben wir brauchen nochmals bei ihr achten okay ich habe mich verkalkuliert wir brauchen noch mal vier dann können wir insgesamt halt jetzt eine Tür und dann noch eine Tür machen ach Mist dann habe ich mich verkalkuliert okay naja gut passiert eine Tür können wir schon nochmal machen die würde ich auch direkt wie hauset sie wollen sind die Türen jetzt eigentlich wieder zu alle weil ich was ja ich habe jetzt an der Base geändert das heißt die Türen sind dann wieder zu plus zwei Höhlenstärke das ist ganz gut da können wir dann auch wieder ein bisschen weiter bauen hier ich hole die Türen alle auf die Änderungen können natürlich off sein das ist okay nur bei unserer Schleuse sollten sie halt zu sein hier brauchen wir schon was zum hinsetzen in dem Vorraum am besten so zwei jetzt wie Bänke oder so okay so wo ist denn das mit dem Rot gewesen ich schwimme jetzt mal ich will die Batterie jetzt nicht unbedingt noch mehr erschöpfen das war hier in der Richtung weil es hier immer so oft baut wir nutzen das jetzt zum Notfall um schnell nach oben zu kommen beziehungsweise schnell nach unten und dann wieder hoch halt oder halt schnell um weg zu kommen wenn uns irgendwas angreift war noch glaube ich in der Richtung so ne irgendwie das ist ja wahr hier so könnte hinkommen wo es uns bei den Sandteil angegriffen hat sieht gut aus hier so könnte hinkommen ja hier unten ist das so das Rot so ich glaube hier fällt mir gerade so ein hat auch ein Streamer seine Base den ich immer angucke ja hier war das hier hat man das her na hier ungefähr ne hier ist ne Höhle hier vorne irgendwo da unten da ist ne riesen Höhle wir sind von da vorne gekommen erinnert euch wir sind von da vorne gekommen immer da vorne irgendwo ist unsere Base da unten ist was was war denn das gerade hier unten ist Zeug da unten ist Zeug Freunde lasst mich in Ruhe vielleicht nur noch uns oder was der nächste jetzt sind die genau da oben drüber die sind gemein sind voll die Moppo ey kann man die sich ja oder ist der nächste okay da unten sind Haufen Blueprints wir gehen jetzt da runter wir gehen jetzt da runter ich will ja uns greift gleich was an oder doch ne wo war denn das hier war noch was okay die kammeln sich da drüben ich habe noch einmal was von der Ladebucht die scheint selten zu sein ne die Ladebucht die Ladebucht scheint die selten zu sein da unten okay ja 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 sehr schön Leute okay da greifen die uns an jetzt können wir unsere Batterien aufladen sehr gut dann haben wir unsere schnelle Fortbewegung mit dem hier schon mal gesichert wo sind wir denn da hinten guckt mal wir sind doch immer von hier gekommen hier war der wir sind also irgendwo da drüben wo ist denn es warte mal der Absturz ist da hinten und hier ist das okay da stürzt also auch ein bisschen anders manchmal ab wir sind von da hinten gekommen immer also unsere Base ist irgendwo dort unsere Base ist irgendwo dort also gewesen ne in der ersten Staffel die ja guckt mal das kenne ich doch hier war unsere Base genau hier wir haben es gefunden genau hier war das hier war unsere Base da ist dort der Vulkan hier ist der Unterwasser Vulkan gerade hin irgendwo hier müsste der Unterwasser Vulkan sein hier ist er ha 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 na du sehr cool jetzt haben wir das auch gefunden hier konnte man nicht rein das war so ein Teil was zu war sehr ärgerlich ich würde da jetzt gerne rein akku jetzt haben wir das auch wieder gefunden und wo ist die mir im Verhältnis ein ganzes stück weit weg eigentlich hinter dem seetan okay hier ist die knallerhöhle mit was mich an ruhe habt ihr nichts getan alles bekanntes gebiet wieder freunde wir sind im kannten gebieten hier ist das gebiet wir können wir kurz mitnehmen ich weiß nicht was der tor braucht keine ahnung wenn er jetzt der profischen zimmer war wenn er braucht silber erz oder so ich hoffe es nicht ich hoffe es nicht schon mal die energie die immer noch haben ich will ja ob man sich zugestellt bauen können also schön mit ruhe schön mit ruhe kann man etwas mitnehmen bleibt 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 okay so mitnehmen mal gucken ja ich gehe schon hoch prüfen lassen wollen bringen so trüben wollen wir hat es wieder gefunden jetzt machen wir unsere base hier drüben es sind so viel schöner jetzt in schott kommen wir uns noch kristallwuschsam quarts ähm wir können mal kurz gucken ob sie denn klar ist kupferdraht computerchip er kriegt die krise kofferdraht kein problem klar so kein problem computerchip wird was ist das tauchleine jetzt nicht während der erkundung ab mit trankenproben erst brauchen wir müssen selber mal erholen wir kommen da muss er befinden das macht immer unser winter herr noch platz wir können noch etwas mitnehmen in der hoffnung dass wir zu befinden es wird noch dunkel wenn sie noch besitzt die nacht brichtereien ich finde es cool wenn dann später dann kommen sie bieten stammt daraus was cool wenn dann später in der nacht wirklich eine größere sachen rauskommt also größere fische halbwegs größere monster dort hinten hat man es irgendwo gefunden das silber ist ja vielleicht ganz gut wenn man wir gehen zurück wir warten mal bis der attack anbricht wenn wir uns das ding bauen können dann dann haben wir es echt gut dann können wir auch mit dem speeder die ganze zeit rumfahren dann können wir die batterien einfach irgendwann wieder aufladen machen wir gleich mal glas draus kopfvertraut machen so nochmal kopfvertraut wird gewünscht die talen können wir uns machen das rollen wir dabei eigentlich einfach alles weg bis es wieder tag wird aber dass wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten folge losgehen und dann nochmal auf silbersuche gehen ok und so ok es ist technisch was brauchen ich für wir können das errieb blauen CapeEs zumkkub mit dem alles bauern wir können ja noch mal ein fenster reinbauen ist ja jetzt möglich wir haben ja wieder ein bisschen spielraum das muss jetzt zwei wegnehmen ja eins wegnehmen okay aber hier was zu zum ausgucken eventuell haben wir nichts weiter das können wir alles ablegen wir legen das ab und dann wird dann sehen wir uns in der nächsten folge einfach wieder warte legen schnelles ab das können wir hier auch gleich ablegen die batterie ist leer die können wir hier auch mit reinhauen so gut dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder also bis dahin